Wir werden keine bessere Chance bekommen. Die Flammenfauce ist bereit, sich uns anzuschließen. Und wenn ihr einverstanden seid, möchte ich, dass ihr in dieser Schlacht an meiner Seite kämpft. Nehmen wir das, Drachen. Natürlich, Brennoir, zu den Waffenfreund, zweit den Sieg zu erringen. So, dann entfernen wir ihn gleich mal wieder. Was soll ich tun, Brennoir? Wir kehren ins Lager zurück, Khaled. Im Moment könnt ihr dort mehr Gutes tun als bei mir. Wenn ihr das glaubt, dass es das Beste ist, dann breche ich sofort auf. Lebt wohl. Khaled ist meiner Gruppe beigetreten. Juhu. Hallo nochmal. Erzähl mir, wie der Mechanismus funktioniert. Es sollte einfach sein, wie ein Schlüssel in ein Gerät zu stecken und am Rad zu drehen. Aber das verdankte Ding ist so hart und rostig, dass die Ketten ein Eigenleben haben. Sie sind kompliziert. Kann ich den Schlüssel bitte haben? Wenn die Belagung vorbei ist, könnt ihr ihn haben. Für das erste Mal bleibt er da, wo er ist. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, ich sollte den Feind wirklich im Auge behalten und nicht mit euch plaudern. Lebt wohl. Äh, wer lässt jetzt runter? Ja, braucht ihr etwas? Erklärt mir wieder Mechanismus. Ah, jetzt geht's los. Okay. Okay. Okay, da hinten ist ganz schön was los. Okay. Oh Ein bisschen Hass könnte nicht schaden Warte, war das Gratton? Weißfrage, wo ist Meine Verstärkung? Oh, da ist meine Verstärkung Okay Ja Sollte also mal anfangen zu buffen Während wir noch Hier drin sind Ich selber kann gerade nichts zaubern Warte, sag bloß Das Ding behindert meine Zauberkunst Magiezauberwunde Nee Dann gibt mir wieder eine Elfenrüstung Mist Darauf habe ich ganz vergessen Give me something to do Yes, I will Be direct Wie kann ich helfen? Worum ihr braucht? Nur zu fragen Huh? Warum bin ich da vorne? Meine Güte Oh Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern Worum geht es diesmal? Ach ja, ich muss wieder umswitchen Das ist nervig, wenn wir das jedes Mal tun müssen Like, ich werde mich und mir berühren Be direct Ja 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 Ja, Sabio Wie kann ich helfen? Wo bin ich Ich bin Ja, Sabio Ja, Sabio Ich werde mich im Hanken drehen, darum zu... So, Nera, mal ein bisschen vor. So, jetzt hätten wir uns erstmal zurück. So, wie ihr wünscht. Hier sind noch Selten nach vorne am Kämpfen, habe ich das Gefühl. Hm? Größer von der Flamme im Pfau ist auch gut. Wir wurden besiegt. Wir werden auf die Probe gestellt. Schnell zerstört die Rückwärter, damit niemand folgen kann. Magier der Flamme im Pfau ist bei mir. Sie haben uns schon einmal davon abgehalten, den Windlauf zu überqueren. In der Wahrscheinlichkeit nach versuchen sie es erneut. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen schnell nach Westen gehen. Halte den Kreuzzug auf, bevor er unseren einzigen Weg über den Windlauf zerstört. Okay, dann kümmern wir uns erstmal darum. Oh, da sind schon ein paar Fässer. Geht doch. Geht zurück, weg von der Brücke. Nur die Anhänger des Nichts dürfen sie überqueren. Wir werden angegriffen. Sprengt die Fässer jetzt. Verdammt nochmal. Ich versuche es. Haltet sie fern. Ich brauche mehr Zeit, um die Beschwörung zu beenden. Müssen wir erstmal den Magier ausschalten? Das Portal ist geöffnet. Lauft so schnell wie ihr könnt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Feuerwesen die Fässer in Brand setzen. Okay, da kommen Feuermear-Feed nur raus. Wahrscheinlich eine Weile. Okay, das ist jetzt was Größeres. Volle Elementare. Kommt noch mehr. Gut, noch ne Runde. Was ist das jetzt? Wieder Feuermear-Feeden. Okay. Sonst noch was? Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Bis jetzt nicht wirklich was gefährliches. Nur Erfahrungspunkte. Ich werde zurückkommen. Kursen! Perfekt! Ich bin deinem Reise. Kann ich mit Zögeräusche aus. Oh, Peter. Mögen mehr als ich. Anniere. Ich bin deinem Reise. Oh, das war's doch schon. Igen? Wie ihr wünscht. so jetzt können wir mal gucken was hier so alles umliegt wie der zugbrückenschlüssel zum beispiel sagt war es hier interessant im lager war es so so eintönig koppel danke hat mich auf teufel komm raus nicht raus gelassen aber ich geschichte gewiss nur beschützen niemand von uns möchte sehen wie sich die wertvollste neue rekrote der flammende faust in gefahr begibt es überrascht mich dass er euch aufhalten kann ihr habt euch für das leben als wir entschieden lebt damit und beschwert euch nicht nehmen wir mal die zwei männer werden von einem werden eine dame doch nie das geben was ihr zusteht wenn ihr etwas begehrt empfehle ich dass ihr es euch nehmt und dann erst um erlaubnis bitten wenn ihr denn überhaupt um erlaubnis bitten müsst um der götter wählen ermutert sie sich doch nicht auch noch hört zu rekrote ihr seid jetzt eine flammende faust ihr tut was der kommandant euch sagt und zwar ohne euch zu beschweren und ihr beschwert euch auf gar keinen fall in seiner gegenwart verstanden ich schätze ich habe es wirklich so gewollt was wir haben uns hier gut geschlagen wenn wir hoffen ich bleibe uns das gekoilt bis wir drachensperre reichen führt uns über die brücke der rest von uns wird euch folgen ja sobald wir hier fertig geplündert haben was gibt es zum beispiel hier tippet kook die kreuzritter haben auch noch keine möglichkeit gefunden ihr eh gekühlt zu halten wenn sie an der front sind ok kann man was schönes damit anfangen ich behalte das mal stadt der lehmung der kann verkauft werden das kann da rein so jetzt gucken wir mal was wir hier plündern können schwert also fangen wir von vorne an schwert feile heilt denke unsichtbarkeitstrank ist immer nützlich ein schild tränke ne axt tränke heldentranken gepäck ist voll ok äh können wir mal was komm wir gehen mal was zu wikonia ab so questgegenstands mäßig auch wenn ich keine ahnung habe was wir mit den beiden sachen machen können ich bin total überladen ok da trinken wir den mal Vielen Dank.